Konzentration, was hilft? Was hilft, um dich besser zu konzentrieren? Was kannst du tun, um dich besser zu konzentrieren? Man könnte sagen, das ganze Yoga-System ist auch darauf ausgerichtet, dass du dich besser konzentrieren kannst. Patanjali sagt ja im Yoga-Sutra, Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken im Geist. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen und wie kommst du zu dieser Ruhe des Geistes? Eben durch Dharana, durch Konzentration. Mein Meister, Samir Vishnadevananda, hat gerne gesagt, Konzentration ist der erste Schritt zur Meditation. Und so kann man sagen, auch im Alltag hilft Yoga der Konzentration. Was hilft also der Konzentration? Über jeden Tag Meditation, über jeden Tag Atemübungen, Übe jeden Tag Pranayama, übe jeden Tag Asanas. Wenn dir das jetzt alles zu viel ist, dann beginne mit einem davon. Wenn du eher der gemütliche Typ bist, dann übe jeden Tag Tiefenentspannung. Die hilft auch schon der Konzentration. Wenn du ein eher spiritueller oder psychologisch orientierter Mensch bist, dann übe Meditation. Wenn du jemand bist, der gerne auch mit seinem Körper arbeitet, dann übe Asanas und Pranayama die Atemübungen und die Yogastellungen. Die sind alle darauf ausgerichtet, dass du dich besser konzentrieren kannst. Ansonsten hilft für die Konzentration zwei Sachen. Erstens hilft es, wenn du dich darauf freust, was du machst. Das, was dir Spaß macht, da bist du konzentriert dabei. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, du kannst dir bewusst machen, warum machst du das überhaupt. Und wenn du weißt, wofür, dann fällt das was viel leichter. Manchmal hilft es sich, das bewusst zu machen. Und das Zweite ist letztlich die Affirmation, Freudeaffirmation. Sage dir zum Beispiel, ich freue mich darauf, das und das zu lernen. Ich freue mich, die Mathematikaufgaben zu absolvieren. Ich freue mich darauf, meine Steuererklärung zu machen. Dein Geist mag als erstes protestieren und sagen, Unsinn, ich freue mich dich darauf. Aber das macht nichts. Sage deinem Geist trotzdem, ich freue mich darauf, das und das zu tun. Der menschliche Geist ist zu beeinflussen über Freudeaffirmation. Probiere es aus. Des Weiteren, der nächste Schritt wäre, Konzentration ist auch eine Übungssache und eine Disziplinsache. Nimm dir vor, für eine gewisse Zeit lang nur das eine zu machen und schalte alle Ablenkungen aus. Beachte darauf, dass du wirklich eine bestimmte Zeit lang nur das tust, was du dir vorgenommen hast. Du musst das nicht drei Stunden am Stück machen, aber sage dir zum Beispiel, eine halbe Stunde mache ich nur das. Und danach kannst du ja vielleicht einen Schluck Wasser nehmen oder zwischendurch auch einen Schluck Wasser. Aber eben konzentriere dich auf das Wesentliche. Das hilft auch deiner Konzentration. Und je mehr du die Konzentration übst, umso leichter fällt sie dir. Das hilft auch die göttliche Kraft!